Hey Leute, mein Name ist EpicStan und mit dabei ist heute Kata. Hallo! Und schau mal Kata, wir machen hier was wirklich richtig doll lustiges. Und zwar können wir hier zum Beispiel mit unseren Werkzeugen keine Blöcke abbauen. Wir können die Blöcke nur abbauen, wenn wir sie auf dem Kopf tragen. Nice, okay, warte mal. Ich will es auf jeden Fall mal auf dem Kopf tragen. Ja, ja. Und Moment, sag, es wird jetzt hier angezogen. Perfekt. Das sieht so lustig aus, Kata. Du bist ein kleines Einhorn. Und jetzt kannst du ja einfach mit deinem Kopf die ganzen Blöcke abbauen. Das ist ja wirklich richtig doll lustig. Und warte mal, Kata. Du hast auf deinem Kopf die Holzaxt einfach oben drauf. Hey, nicht mich abbauen. Wir können auch zum Beispiel unsere Spitzhacke dann auf dem Kopf tragen. Oder zum Beispiel auch ein Schwert. Das ist sehr doll lustig. Okay, Moment mal. Dann ziehe ich auch meine Holzaxt an. Und zack. Moment mal, Kata. Jetzt habe ich hier meine Holzaxt auch auf meinem Kopf. Das sieht ja wirklich so doll lustig aus. Okay, okay. Damit kann ich jetzt hier auf jeden Fall auch ein bisschen Holz abbauen. Das klappt so doll gut. Moment mal, bitte Holz abbauen. Das ist ja so lustig. Oh, so stark. Dann wird das Holz hier auch abgebaut. Und ich kann sogar ein bisschen Erde damit abbauen. Das klappt richtig, richtig doll gut. Moment mal, so und so und so. Oh, ich kann sogar Steinies damit abbauen. Oh, okay, warte mal. Ich habe auf jeden Fall jetzt genügend Holz, um mir mal ein Crafting-Tablet zu machen. Und dann gehe ich mir auch schon mal eine Spitzhacke machen, Epic. Oh, das ist sehr gut, Kata. Und Moment mal, das klappt wirklich so doll gut. Ja, hier das ganze Holz abzubauen. Das ist so cool. Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall auch schon ein bisschen Holz. Dann würde ich sagen, ich hole mir hinten noch ein ganz kleines bisschen mehr Holz. Und dann mache ich mir auch eine kleine Spitzhacke. Moment mal, das Holz wird hier auch abgebaut. Oh, das klappt richtig, richtig doll gut. Das ist ja wirklich so doll lustig, Kata, dass wir unsere ganzen Werkzeuge auf dem Kopf tragen können. Und warte mal, schau mal hier auf der anderen Seite. Hallo. Oh, Moment mal, Gata. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall eine kleine Spitzhacke insgesamt. Oh, sehr nice. Die kann ich jetzt auch auf meinem Kopf tragen. Moment mal, die lege ich hier hin. Oh, bitte auf dem Kopf tragen. Sehr gut. Jetzt habe ich eine kleine süße Spitzhacke auf meinem Kopf. Und damit kann ich jetzt richtig doll schnell hier die Erde abbauen. Und vor allen Dingen auch den Stein. Okay, dann muss ich auf jeden Fall hier mal alles abbauen. Oh, das klappt richtig, richtig doll gut. Und flup, und flup. Kata, wie cool ist das denn? Ich baue so schnell hier die ganzen Steine ab. Und hier ist sogar ein bisschen Kohle. Die kann ich auch mit meiner Holzspitzhacke abbauen. Moment mal. Oh, stehe. Dann wird hier alles abgebaut. Flup, und flup, und flup. Jetzt habe ich schon richtig doll viel Kohle. Und ich muss immer nach oben und unten schauen, dass ich tatsächlich hier mit der Spitzhacke die ganzen Steine und die ganzen Kohlen auch abbau. Das ist ja wirklich so cool. Und Moment mal, Katja. Wir können nur mit unseren Werkzeugen auf unserem Kopf die ganzen Blöcke abbauen. Oh, so nice. Und Katja? Ja, bitte? Hm, ich baue hier gerade eine richtig doll süße Höhle insgesamt. Ich mache das auch. Wo bist du eigentlich? Äh, ich bin hier ein bisschen weiter oben auf dem Berg. Gegenüber von dir. Hallo? Oh, Elpik, ich will dir was zeigen. Ich kann richtig doll schnell werden insgesamt, wenn ich meinen Kopf richtig schnell bewege. Warte, ich will das dir zeigen. Ja, 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 ja. Ich bin richtig doll gespannt. Okay, bist du bereit? Ja. Siehst du, wie schnell ich bin? Katja, was ist denn hier los? Du bewegst deinen Kopf hier richtig doll schnell. Und wow, du kannst dadurch richtig doll schnell hier die ganzen Steine abbauen. Oh, das kann ich auch ein bisschen machen. Moment mal. Oh, mir wird schwindelig, mir wird schwindelig. Aber dadurch kann man so schnell hier die ganzen Steine abbauen. Oh, und ich bin in der Hülle geblumst. Ah, da war ich auch schon. Au, das ist ja wirklich so lustig. So, Moment mal. Ich baue hier auch noch mal richtig doll schnell ab. Und es geht richtig schnell. Wow, Katja, das sieht so lustig aus. Und vor allen Dingen, wir haben hier sogar ein bisschen Eisen gefunden. Das ist nice. Okay, da baue ich hier auf jeden Fall die Blöcke auch alle ab. So, die bitte auch abbauen. Das klappt wirklich so doll gut. Und schau mal, Katja, das sieht wirklich so doll lustig aus. Ich habe hier meine Spitzhacke auf meinem Kopf. Und dann schaue ich hier nach unten. Und damit baue ich mit der Spitzhacke die Blöcke hier ab. Das klappt richtig doll gut. Und Katja. Ja, bitte. Du siehst aus wie ein kleines Einhorn hier insgesamt. Und das ist ein Creeper da unten. Moment mal, ich mache uns Schwertchen, okay? Die können wir auch auf unseren Kopf ziehen. Und damit können wir auch richtig doll miese fiese Gegner wegschnetzeln. Okay, guck mal, Katja, das Schwertchen ist hier insgesamt. So und so. Da kann ich hier auf jeden Fall meine Spitzhacke abziehen. Da kann ich mein Schwertchen aufziehen. Moment mal. So, jetzt habe ich das Schwert auf meinem Kopf. Da sieht es so lustig aus, Katja. Und warte mal. Jetzt können wir den Creeper wegschnetzeln, indem wir ihn... Oh, anschauen. Ähm. Oh. Ja, das hat nicht so gut gekleppt bei mir. Okay. Wir sind jetzt auf jeden Fall tipptopp gut ausgerüstet mit unserem Schwertchen auf dem Kopf. Und da vorne sehe ich schon einen Creeper. Moment mal. Ich muss meinen Kopf ein bisschen nach unten machen. Ich habe ihm Damage gemacht. Oh. Echt? Oh, er hat sich weggeschnetzelt. Ich habe ihm ein ganz kleines bisschen Damage gemacht. Aber das ist wirklich richtig doll schwierig. Mit dem Schwertchen auf dem Kopf die Gegner wegzuschnetzeln. Und warte mal. Eppel. Wow. Ich habe dich weggeschnetzelt. Das klappte richtig doll gut. Ich muss die ganze Zeit nur ein bisschen nach unten schauen. Und dadurch mache ich richtig doll viel Damage insgesamt. Aua. Entschuldigung, Katja. Und warte mal. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall eine kleine Steinspitzhacke. Und damit kann ich noch schneller alles abbauen. Okay. Dann droppe ich hier auf jeden Fall meine Steinspitzhacke. Die kann ich aufziehen. So. Jetzt habe ich meine Steinspitzhacke auf meinem Kopf. Und jetzt kann ich damit... Wow. Noch viel schneller hier alles abbauen. Katja, das klappt richtig, richtig doll gut. Schaut ihr das hier mal an. So und so. Da kann ich immer mit meinem Kopf ein bisschen nach unten gehen. Die Erde hier kann ich abbauen. So und so und so. Das klappt richtig, richtig doll gut. Und ich habe insgesamt schon zwei Eisen. Ach, Mann. Oh, oh. Moment mal. Ich gehe jetzt ein bisschen Eisen suchen. Oh, das ist eine gute Idee, Katja. Ich gehe hier auch ein bisschen Eisen suchen. Okay. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen Kohle. So und so und so. Dann kann ich mich hier weiter durchbauen. Das klappt wirklich so doll gut. Gut, Katja. Wir können hier einfach mit unserem Kopf die ganzen Steinchen abbauen. Sehr gut. Ich habe schon richtig doll viele Steine hier insgesamt. Okay. Hier ist auf jeden Fall noch ein bisschen Eisen. Das kann ich abbauen. So. Moment mal. Das wird alles abgebaut. Jetzt habe ich schon acht Eisen insgesamt. Und ich würde sagen, Katja. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall einen kleinen Ofen. Und dann kann ich das ganze Eisen braten. Und mir eine kleine Eisenspitzhacke dann craften. So und so. Jetzt haben wir hier drei Öfen insgesamt. Moment mal. Da kommt hier auf jeden Fall ein bisschen Eisen rein. Auch ein bisschen Holz. Dann mache ich hier ein bisschen Eisen rein. Und hier in den dritten Ofen auch. Das kommt hier hin. Das kommt hier hin. Oh, tipptopp. Jetzt wird hier auf jeden Fall das ganze Eisen geschmolzen. Und Katja, hast du auch noch ein bisschen Eisen gefunden? Eins nur. Und jetzt ein bisschen. Das sieht so lustig aus, wie du hier mit deinem Kopf die ganzen Steinchen abbaust. Aus. So nice. Okay, Moment mal. Dann mache ich hier auf jeden Fall einen Bogen für mich. Und ich mache dir auch einen kleinen Bogen, Katja. Ja. Moment mal. So und so. Und flop. Und hier noch der zweite Bogen. Schau mal. Bitteschön. Und noch ein paar Pfeile insgesamt. Sehr nice. Jetzt können wir hier den Bogen aufsetzen. Und bitte aufsetzen. Und jetzt haben wir den Bogen auf dem Kopf. Katja. Was ist denn da los insgesamt? Und das sieht ja so lustig aus. Oh, nein. Nicht zu mir. Katja, hör auf, wie du quatschst. Insgesamt. Das sieht ja wirklich so lustig aus. Und warte, Katja. Ich schnetzel dich auch weg. Moment mal. Flup, 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 flup. Wir sind aus wie kleine Einhörner insgesamt. Und schau mal. Du wirst weggeschnetzelt. Flup und flup und flup. Nein, nein, nein. Du und. Au. Ich habe dich. Oh, Creeper. Ich habe dich tatsächlich ein bisschen weggeschnetzelt, Katja. Au. Sehr nice. Das macht ja wirklich nicht so viel Spaß, Katja. Wir können uns einfach richtig, richtig, richtig viele Werkzeuge auf den Kopf aufsetzen. Ich nicht, Katja. Ich habe nur noch dreieinhalb Herzen. Okay. Dann hole ich mir auf jeden Fall hier noch das Eisen raus. Dann würde ich sagen, ich mache mir eine Eisenspitzhacke. Damit kann ich noch schneller die ganzen Steine, die ich hier abbauen. Das ist wirklich so, so, so nice. Und zack. Sehr gut. Okay. Die kann ich auf jeden Fall auch wieder aufziehen. So. Jetzt habe ich eine Eisenspitzhacke insgesamt. Und du läufst hier die ganze Zeit mit dem Bogen auf den Kopf rum. Oh, Katja. Hey, hör auf in den Quatschi. Bye, bye. Moment mal. Jetzt werden hier richtig doll schnell die ganzen Steine abgebaut. Und das klappt richtig doll gut. Guck mal, wie schnell ich bin, Katja. Oh, ich will dich abschießen. Aber es geht nicht. Hey, aua. Katja. Sorry. Du bist ein Quatschmacher insgesamt. Was ist denn hier los? Moment mal. So, ich rüste meinen Bogen auch wieder aus. Katja. Was denn? Du wirst weggeschnetzelt bei meinem Bogen. Schau dir das mal an. Oh, oh. Mir wird schwindelig. Mir wird schwindelig. Au. Ich habe dich weggeschnetzelt. Das ist ja wirklich so lustig. Okay. Jetzt habe ich auf jeden Fall wieder meine Spitzhacke auf meinem Kopf. Und jetzt kann ich hier wieder richtig, richtig doll schnell die ganzen Steine abbauen. Und oh, ich bin im Meer. Au. Sehr nice. Das macht richtig, richtig doll viel Spaß. Und Moment mal, Katja. Wir könnten uns hier ein richtig doll süßes kleines Häuschen bauen. Oh, gute Idee. Bitte die Spitzhacke ausrüsten. Tipptopp. Jetzt habe ich die Spitzhacke auf dem Kopf. Da kann ich hier auf jeden Fall die Steinchen noch wegmachen. Die hier werden auch weggemacht. So, bitte alles wegmachen. Das klappt richtig, richtig doll gut. Und Moment mal, Katja. Ich helfe dir ein bisschen mit unserem richtig doll süßen Häuschen. Okay. So sieht auf jeden Fall unser Häuschen aus. Moment mal. Oh, wie süß. Da können wir hier noch ein bisschen weiter nach oben bauen insgesamt. Oh, wie schön das aussieht. Und hier oben könnte ein kleiner Balkon hin. Und Katja, ich habe eine richtig doll gute Idee. Wir könnten uns gegenseitig wegschnetzeln. Wir haben jeweils ein kleines Schwert und einen kleinen Bogen. Die können wir auf unserem Kopf ausrüsten und uns dann gegenseitig wegschnetzeln. Das wird so doll lustig. Okay, warte mal, Katja. Derjenige, der den anderen das erste Mal dreimal weggeschnetzelt hat, der hat gewonnen. Bist du bereit, Katja? Finish. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Okay, ich muss schießen. Oh, du hast den Bogen. Du hast den Bogen. Moment mal. Ich habe das Schwert. Nein, 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 nein. Katja. Oh, ich muss hier ausweichen. Ich muss hier ausweichen. Und ich kann dich wegschnetzeln mit meinem Schwert. Stehenbleiben, stehenbleiben. Nein, 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 nein. Katja, Katja, Katja. Nein, 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 nein. Stehenbleiben. Ja. Ich habe dich weggeschnetzelt. Ich hatte noch zweieinhalb Herzen. Es steht 1 zu 0 für mich. Okay, Katja. Bist du bereit? Finish. Und die nächste Runde startet. Ich will mir den Bogen auswählen. Oh, ich habe den Bogen. Oh, ich kann dich wegschnetzeln. Aua, ich habe keine Chance. Es steht 1 zu 1. Okay, Katja. Nächste Runde. Bist du bereit? Finish. Auf die Plätze. Fertig und los. Und jetzt wirst du weggeschnetzelt von meinem Bogen. Du wirst weggeschnetzelt. Ich sehe gar nichts mehr mit Schwert. Und du hast auch deinen Bogen. Du hast auch deinen Bogen. Nein, 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 nein. Und? Ja. Nein, du hast mich weggeschnetzelt, Katja. Oh, so nice. Hey, Katja. Das macht wirklich nie so viel Spaß. Wir können einfach alle Werkzeuge auf unserem Kopf ausrüsten. Und damit richtig viele Blöcke abbauen. Und auch Gegner damit wegschnetzeln. Das macht wirklich richtig, richtig doll viel Spaß. So, Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Katja vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017